Züge und Radiotechnik 772-367 pendelte am 8. Februar 2020 zwischen Adolf und Zwotental. Weitere Fahrtage sind der 15. und 22. Februar 2020. Gegen 8.30 Uhr wurde das Ferkeltaxi im Bahnhof Adolf bereitgestellt. Schöne, Schöne, Züge und Züge. Und das ist eine rechte Bahn. Ein bisschen länger. Ein bisschen länger. Nun gehen wir auf eine Reise in das verschneite Vogtland. Mitten im Wald befindet sich dieses werte Haus. Der Besitzer war so nett und räumte nochmal sein Auto aus dem Motiv. Vielen Dank. Bei den Fahrten nach Zwotental wurde am Haltepunkt Gunzen jeweils ein 10-minütiger Halt eingelegt. ¡Göne, Göne, Göne! Von Haltepunkt Gunzen Kurz vor dem Ziel Zodental hat man diesen Blick auf diese Strecke. Untertitelung des ZDF, 2020 Bevor wir uns den Bahnhof Zodental vom Boden der Tatsachen ansehen, schauen wir doch erstmal aus der Vogelperspektive auf ihn. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aufgrund der betrieblichen Situation musste Fahrt 1 nach Gleis 2 umgesetzt werden. Hier sehen wir das Umsetzen nach Gleis 2. Und nun machen wir uns wieder zurück auf die Reise nach Ahrdorf. Nun befinden wir uns wieder an dem alten Wärterhaus, diesmal sehen wir es von der anderen Seite. In sieben Brunnen entstand diese Aufnahme. Und zu guter Letzt folgen meine Bilder. Musik 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 Musik